Noch der Todesberg, da sind noch die letzten zwei Herzteile. Ich muss aber zugeben, bei den letzten Durchgängen, die ich gemacht habe, habe ich öfters die Herzteile ausgelassen und nicht alle gesammelt. Meister habe ich keine Lust gehabt, die zu suchen. Ich sollte eigentlich nicht mehr viel an Items wählen. Die Flaschen sind komplett, jetzt fehlt noch der andere Stab, der Magische Oma. Maria Stab ist auch der alte Stab. Ich bin gerade nicht mehr ganz sicher wo der war. Und den Birnerstab. So, ich bin aber auch mal ganz ganz kurz BHB, also werde erst mal so lange auf Pause lassen. Ich bin nur kurz WC und dann bin ich wieder da. Tschüss Fleisch! the Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da habe ich mich natürlich an der blöden Stelle teleportiert, aber macht ja nichts, der Vogel rührt einen da ja trotzdem ab. Da würde ich mir jetzt mal schnell den magischen Umgang holen. Und danach hole ich mir noch fix den Birnerstab. Da ich das auch schon mal abgehakt habe, dann brauche ich nur noch die beiden Herzteile zu holen. Ah. Komm, zwei Herzteile vielleicht? Herzteile sollte ich dachten. Doch gleich bei dem Friedhof. Abkürzung über Wasser. Bei mir ist da nämlich wieder was eingefallen und zwar, dass ich den Stein nicht verschieben konnte, sondern den musste ich rammen. Das habe ich irgendwie ein bisschen verdrängt. So, mit dem magischen Umgang kann ich jetzt auch den Birnerstab holen. Und das eine Herzteil, was mir fehlt. Ich habe mich schon gewundert, wieso ich den noch nicht hatte. Ich weiß auch wieder warum. Das sind die Punkte zum Überblick. Äh, bin blöd. Ich habe mir hier drange dran vorbei. Aufklanken. Ach, der hat noch nicht mein Herz abgezogen. Ein halbes. Wenn ich recht erinnere, muss ich gleich an einer Stelle herunter springen. Ich weiß nicht, ob das hier an der Stelle war oder an einer anderen Stelle war. Ah ok, hier ging es auf jeden Fall zum Todesberg, der letzte Dungeon. Volkanendorf. Ach stimmt, das war die eine Höhle, wo ich das letzte Mal weiterkam. Ah genau, da ist die Stelle. Diese blöde Fee. Ah ok, da ist noch ein Herzteil, was mir fehlt. Ich denke mal, da komme ich auch nur rüber. Ich denke mal, da ist noch ein bisschen nervig, weil man die auch nicht zerstören kann. Wenn ich hier bin, kann ich auch mal kurz die Tür aufmachen. Ich habe mich auch schon mal erledigt. Jetzt hole ich mir das Herzteil, was da oben auf der Klippe lag. Ich bin gerade nicht ganz sicher, ob das hier war oder... Ah, da oben. Da kann ich nur von der anderen Seite aus hin. Ich dachte, das ist jetzt hier nicht schlagend. Ich kann auch noch einen Weg weiter. Wir halten aber nicht was aus. Ich bin gerade nicht sicher, wofür das gut war. Ich bin gerade nicht sicher, wofür das gut war. Ich bin hier für nichts. Ich bin hier. Ich bin hier für den Weg. Das Haus komme ich auf jeden Fall nicht dahin. Oh, gut. An der Stelle. Okay. Ich weiß auf jeden Fall, dass hier der Birnerstab auch war in der Lichtwelt, ich muss mal kurz schauen welche Höhle es war Schallstein von der anderen Seite aus gewesen sein von der anderen Seite aus